Eine spannende Kombination KI, künstliche Intelligenz und E-Commerce Online-Shops. Darüber reden wir jetzt. Was gibt es für neue KI-Tools, die du kennen musst? Und wie kannst du die im Idealfall nutzen, um deutlich mehr Umsatz zu machen mit deinem Online-Shop? Das ist Teil 2 des Interviews mit the one and only Sven Stietzel. Sven, herzlich willkommen. Dankeschön. Und der erste Teil, den werden wir verlinken, wenn ihr den nicht mitbekommen habt. Da sprechen wir grundsätzlich über E-Commerce. Und jetzt geht es aber wirklich um das Thema KI im Bereich E-Commerce. So, wer Sven ist, könnt ihr euch im letzten Video angucken, müssen wir keine große Vorstellung mehr machen. Außer, dass er das seit über 20 Jahren macht, nämlich Online-Shops zu optimieren, aufzubauen. und dass er für Global Player arbeitet. Er hat mehrere hundert Online-Shops in der Betreuung respektive gegründet, aufgebaut und begleitet. Okay. KI, deine Definition? Also bei KI sagen ja jetzt alle Chat-GPT. Okay, ja. Aber es gibt ja noch viel, 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 viel mehr. Ja, ja. Ja, ich bin ja eigentlich ein kleiner Nerd, so ein Techniker. Deswegen habe ich auch da eine sehr, sehr technische Begründung erst mal. Und auch gleich im Anschluss die Abgrenzung, was es nämlich nicht ist aus meiner Sicht. Lass mich damit anfangen. Wie würde ich KI beschreiben? KI ist ein Netzwerk mit Unmengen an Daten, was darauf trainiert ist, plausible Antworten zu geben, plausible Aussagen zu treffen. Und das ist nämlich genau das Interessante, was es nämlich nicht ist, eine ultimative Wahrheitsmaschine oder sowas, was viele denken. Es ist einfach nur die Verknüpfung unendlich vieler Datenpunkte, die automatisiert ausgewertet werden und um zu imitieren, ein intelligentes Verhalten und damit plausible Antworten zu geben. Und deswegen, auch wenn du 99 Mal die KI fragst und irgendwelche Wissensfragen stellst und 99 Mal das richtig ist, es sagt nicht, dass es die Wahrheit ist und dass es beim hundertsten Mal auch die Wahrheit ist. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, es ist ein Tool, das ist wahnsinnig, was man damit machen kann. Es ist aber keine Wahrheitsmaschine und als solche darf sie auch nicht verwendet werden. Okay. So, wie kann ich jetzt die KI im E-Commerce nutzen? Du hast einfach Unmengen an Daten, du hast einen Riesenvorteil, in dem du einfach sehr viele Dinge automatisieren kannst. Also, mal ganz banal angefangen. Im E-Commerce ein ganz großes Thema sind Texte. Gute Produkttexte zum Beispiel. Überhaupt Produkttexte. Tun sich alle Händler, die ich kenne, so seit Ewigkeiten, so seit Tag 1 an, alle tun sich schwer, Texte zu schreiben. Und dann komme ich auch immer noch und sage, hey, machen wir ein bisschen Storytelling. Erzähl mal ein bisschen was über dein Produkt. Nicht einfach nur die technische Spezifikation, sondern auch ein bisschen Hintergrund. Erklär mal den Nutzen richtig von deinem Produkt. Sprich, ich will noch mehr Content haben. Und das ist wirklich ein ganz großes Bottleneck in jedem E-Commerce-Projekt, diese Content-Generierung. Und da kann wirklich KI brutal unterstützen, eine ganz große Abkürzung sein. Übrigens auch kein neues Thema. Ich habe mich schon vor über zehn Jahren mit automatisierten Textgenerierungen beschäftigt für E-Commerce. Damals hat es noch nicht KI geheißen, aber es sind letztlich auch schon so Ansätze für neuronalen Netzen gewesen. Heutzutage ist das wirklich aufgrund der Größe der Netzwerke, wenn du dir gerade GPT anschaust, über das Chat-GPT-Interface zum Beispiel, das ist brutal, was da an Daten dahinter steckt. Deswegen liefert das Ding dir auch so viele gute Aussagen. Da kannst du dann auch einfach sagen, hier schreib mir einen Text, schreib ihn länger, schreib ihn kürzer. Übrigens kleiner Fun-Fact am Rande, wenn du Chat-GPT fragst nach der Zusammenfassung von Harry Potter und immer kürzer, 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 habe ich letztens einen coolen Screenshot gesehen, am Ende kommt das Blitz-Emoji raus. Okay. Also das ist in diesem einen Anwendungsfall, war ich super smart. Nein, aber das ist das, du hast einfach immens viele Datenmengen und kannst damit generieren lassen. Was wir jetzt übrigens auch, wir sind ja große Shopify-Fans und auch Shopify-Partner, arbeiten schon ausschließlich mit Shopify. Shopify hat vor einigen Tagen Shopify Magic eingeführt. Was ein Tool ist, in der Oberfläche drin, wo du die Produkttexte einpflegst, ist so ein kleiner Magic-Button. Wenn du da drauf gehst, gibst du einfach den drei, vier Stichworte, wählst aus, in welcher Art die Tonalität sein soll, das schreibt dir dein Produkttext automatisch, in der Oberfläche integriert. Und das sind so diese Abkürzungen, wo du schon mal anfangen kannst. Dann, natürlich geht es weiter, Bilder sind auch immer ein großes Thema. Stockfotos kannst du auch über KI generieren lassen, zwar genauso, wie du sie haben willst. In der Stimmung, in der Atmosphäre, in dem Mood, super geil. Anderes Thema, SEO-Texte. Übrigens darfst du nicht eins zu eins aus der KI verwenden, weil Google das wieder erkennen würde und sowas. Aber auch da, generell, Content-Generierung kann dir brutal helfen. Oder jetzt zum Beispiel auch, wenn du auf den sozialen Medien unterwegs bist, um Werbung zu machen für deinen Online-Shop. Lass die KI dir 250 TikTok-Skripte schreiben. Hast du in der Minute 250 TikTok-Skripte? Wie krass ist das? Kannst du theoretisch sogar noch über eine andere KI wieder automatisiert einsprechen lassen. Es gibt KI-Tools, womit du Video schneiden kannst, an dem du den geschriebenen Text editierst. Wird das Video einfach zusammengeschrieben, dann kannst du einen Versprecher rausmachen, kannst du ein Wort noch einfügen. Gigantisch. Oder wo es wir natürlich auch sehr viel verwenden. Wir sind ja sehr stark, wir kommen aus der Softwareentwicklung, sind sehr stark in der Individualprogrammierung. Dass wir wirklich in der Programmierung durch KI-Systeme extrem die Effizienz steigern. Und indem wir da einfach viel, viel, viel mehr Output erzeugen, indem wir einfach einen großen Teil des Outputs der KI übergeben und einfach nur die Bausteine am Ende zusammenfügen. Und das ist, glaube ich, das, wo der ganz, ganz große Nutzen der KI ist, dass du einfach Abkürzungen hast, dass du deine Produktivität erhöhen kannst, dass du einfach die Maurerarbeiten an das System outsourcen kannst. Und die, der das komplett für dich erledigt und du quasi dich mehr in die Rolle des Architekten zurückziehen kannst, um wirklich zu bestimmen, wie soll mein Turm sein und wie viele Stockwerke hoch will ich den haben. Und da einfach klare Anweisungen zu geben. Okay. Kannst du mal konkret drei, vier Tools nennen? Du hast jetzt die ganzen Anwendungsmöglichkeiten genannt. Super. Und jetzt müsste ich auf die Suche gehen bei Google und die dann irgendwie identifizieren. Aber gib mal die Abkürzung. Ja, also es ist wirklich gerade so viel Bewegung im Markt, dass eigentlich täglich neue Tools entstehen. Das heißt, was wir auch bei uns im E-Commerce Lab machen, dass wir auch sehr viele Tools immer ausprobieren, eigentlich täglich neue Tools. Und das kann ich auch jedem erstmal empfehlen, auch wirklich rumzuschauen. Ansonsten, Klassiker ist wirklich ChatGPT, liefert sehr, sehr gute Antworten für sehr viele Sachen, ist super einfach zu bedienen, macht total Sinn. Für Textgenerierung speziell sei auch noch Neuroflash genannt, auch ein wahnsinniges Tool, um wirklich hier AI-Contents zu generieren. Im Bilderbereich sicherlich mit Journey, Dolly E2, der Klassiker, das sind definitiv die Tools, mit denen man da arbeiten sollte. Und Shopify Magic, hatte ich gerade schon erwähnt, ist auch phänomenal gut, um einfach so einen ganz, ganz einfachen Einstieg zu haben. In jedem Shopify-Store ist es direkt drin, drei Klicks, einfach aufmachen, anfangen, experimentieren. Cool. So, jetzt habt ihr was Konkretes. Wir werden es natürlich nochmal unter dem Video verlinken, respektive im Podcast, in den Shownotes. Wann kommt KI an die Grenzen? Wo sagst du, jetzt im E-Commerce nimmst du auf keinen Fall KI, sondern das machst du weiter händisch, das machst nur du? Also, was eine KI heutzutage nicht kann, ist einfach dir den Shop bauen, ja, also den kompletten Shop bauen und wirklich das Konzept erarbeiten. Zu gucken, wie mache ich es, wie packe ich die einzelnen Bausteine rein, sondern wirklich so dieses Inhalt füllen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Du brauchst eigentlich wirklich den Architekten, aber du brauchst nicht mehr die Mauer selber mauern. Und das ist der ganz große Vorteil, was hier ganz viel Speed reinbringt. Ich vergleiche übrigens auch, KI ist für mich ein Werkzeug, ja, so wie jeder Buchhalter auf dieser Welt einen Taschenrechner oder einen Excel-Sheet verwendet. Und keiner wäre würde sagen, boah, der Abba-Kurs ist mir doch eigentlich viel lieber, ich mache es alles von Hand. Genauso ist es halt auch mit der KI. Du kannst sie einfach nutzen, um deinen Output zu steigern, um wirklich viel effizienter zu sein, viel bessere Ergebnisse zu liefern. Und genau das musst du auch heute tun, um nicht abgehängt zu werden, weil die anderen werden es tun. Und das ist das ganz große, was viele auch nicht sehen. Diese ganze Welt, speziell im E-Commerce, die verändert sich. So wie heutzutage keiner mehr auf die Idee kommt, den Taschenrechner nicht zu verwenden, wird in einem Jahr keiner mehr sagen, boah, also ich mache meine Webseite, meinen Shop ohne KI. Also natürlich machst du das. Und da geht es wirklich darum, jetzt dabei zu sein, jetzt damit zu experimentieren und jetzt wirklich zu gucken, wie du da vorne dran sein kannst, um die Technologien zu nutzen, um dir den Vorsprung zu verschaffen. Okay. Inwieweit hat KI dann auch Einfluss auf SEO, was ja elementar ist, damit du Traffic auf dem Shop hast? Online-Marketing und PPC beispielsweise. Geh mal in die beiden Bereiche rein. Wie weit wird da Einfluss haben? Auch ganz extrem. Während du diesen kreativen Prozess, Anzeigentexte zu erstellen und davon 100 Anzeigentexte zu erstellen und die gegeneinander zu testen, das hast du heute mit AI-Tools in der Minute erledigt. Hast du 100 Varianten von verschiedenen Anzeigen, die stellst du rein, gibst ein bisschen Budget drauf, lässt austesten, was am besten funktioniert. Das ist ja auch immer so im Online-Marketing diese Grundregel, dass du nie die Weisheit SEO mit Löffeln gefressen hast, sondern einfach lass den Markt entscheiden, mach verschiedene Varianten, lass gucken, was funktioniert. Und das sind einfach Prozesse, die sich super vereinfachen und damit auch viel, viel schneller werden. SEO. Für SEO ist es wirklich relevant, guten Content zu haben. Das ist eine Riesenhürde gewesen. Das ist ja auch das Grundprinzip von Google. Hervor gab es ja die Verzeichnisse, dann kam ja Google, weil die erst mal den Content indiziert haben. Jetzt kannst du mit AI-Tools sehr hochwertigen Content super schnell aufbauen. Und das ist auch, was wir auch gemerkt haben. Also wir haben uns ja auch Anfang des Jahres auch gesagt, dass wir wirklich uns als AI-driven bezeichnen wollen und wirklich auch alle unsere Prozesse, also sei es vom HR bis in die Produktion, wirklich alles überlegen, wo können wir AI sinnvoll einsetzen, wo können wir dieses Tool nutzen, um einfach mehr Schlagkraft zu erzeugen, um mehr schneller zu sein. Und da gerade im SEO-Bereich, Content generieren super easy damit. Wie gesagt, nicht direkt verwenden, einfach gucken, dass man es nochmal vielleicht durch den Übersetzer jagt oder sonst was, um einfach, oder es gibt auch Grammatik-Tools, um einfach zu gucken, wie man das, was draußen ist, nicht erkennbar ist als KI-Text, aber damit wirklich en masse Content zu generieren. Wir haben jetzt auch einen großen Pharma-Konzern, war ich die Woche, da werden wir die komplette Seite jetzt innerhalb der nächsten vier Wochen komplett mit KI betexten. Da reden wir über irgendwie tausend Seiten oder sowas, die wir brauchen. Es ist aber super easy gemacht und es geht vor allen Dingen halt auch super schnell. Du musst, ich sagte vorhin, es ist nicht die Wahrheitsmaschine. Du kannst nicht darauf vertrauen, dass alles, was rauskommt, 100% sauber ist. Du musst das alles nochmal kontrollieren, um wirklich Qualität reinzubringen. Aber wenn du das machst, produzierst du so schnell Content und das wird am Ende auch Google belohnen. Und das wird aber auch die ganz große Herausforderung werden für Google. Wie können sie damit umgehen, wenn plötzlich so viele Seiten so guten Content generieren? Also wen zeigst du dann plötzlich noch an? Wie verändern sich die Algorithmen? Ich meine, Bing experimentiert jetzt damit, da keine Seiten mehr anzuzeigen, sondern wirklich wieder die Datenpunkte zu nehmen und daraus eigene Antworten wieder mittels KI zu bauen. Wo das hinführen wird, ist auch fraglich. Es ist aber super spannend und das ist das, wo wir da wirklich gerade in einem Moment sind und in einer Zeit sind, die so gigantisch spannend ist, weil es sich gerade alles so am Entstehen ist. So ein bisschen so diese Ursuppe, würde ich gerade sagen. Aus denen jetzt wirklich die Tools, die Verfahrensweisen, die neuen Methoden, wie wir arbeiten, wie wir produktiv sein können, einfach wirklich raus entstehen. Die AI-Driven Company, das hört sich schon mal gut an, wirklich zu sagen, wir orientieren uns an der Zukunft. Was ist denn die Zukunft? Also wo geht denn die Reise hin, deiner Meinung nach? Wie ich eingangs sagte, es ist ein Netzwerk mit Datenpunkten und das wird, glaube ich, das Nächste, dass immer mehr Datenpunkte hinzukommen. Das sieht man jetzt ja auch, der Unterschied von ChatGPT 3.5 zu ChatGPT 4 oder die Engine GPT 4 hat einfach immens viel mehr Datenpunkte und deswegen einfach viel mehr Grundlage auf dessen Verknüpfungen hergestellt werden können, um bessere Antworten zu machen. Microsoft hat jetzt Co-Pilot eingeführt. Die machen was ganz Geiles. Die nehmen nämlich, sagt Microsoft, ich habe in der Cloud ja deine Daten, also in deiner Office Cloud hast du deine Daten. Jede E-Mail, die du in deinem ganzen Leben jemals geschrieben hast, jedes Word-Dokument, was du gemacht hast, kennt Microsoft. Das sind einfach Datenpunkte, die zu diesem allgemeinen Datenmodell noch hinzugefügt werden und plötzlich kannst du dann Co-Pilot sagen, hey, schreib mir eine E-Mail in der Art und Weise, wie ich halt E-Mails schreibe, weil die KI kann meinen eigenen Stil lernen, wie argumentiere ich meine Verkaufsargumente, wie nutze ich das? Und ich glaube, das sind Sachen, die ganz spannende. Ich habe mir auch letzt, wenn wir gerade bei Microsoft ein paar Demos angeguckt, zu geile Sachen. Zum Beispiel in Teams-Meetings, kommst du rein ins Teams-Meeting, kannst den Chat fragen, was wurde bisher besprochen, gib mir eine Zusammenfassung, kriegst du eine Zusammenfassung nach einer Stunde, wo du im Meeting warst, was wurde denn schon besprochen, kannst du automatisch noch das Protokoll nachher zuschicken lassen. Und das sind so Sachen, wo sich so grundlegend verändern werden. Oder jetzt auch ein Beispiel bei einem, auch einem großen Online-Händler, da testen wir gerade die Verknüpfung einer KI mit den Kundenservice-Anfragen. Die kriegen ganz viele Anfragen, also Sportartikel-Bereich, ganz viele Anfragen, hey, wie kann ich meine Ware retournieren, wann kommt mein Paket an und so weiter. Das sind alles relativ einfache Anfragen, die heute schon mit Automatisierung beantwortet werden, wo du dann aber auch über KI individuell beantworten kannst. Also halt nicht der gleiche Textbaustein, den du anziehst, der wurde schon 5000 Mal verschickt, und zwar auch heute, sondern wo du einfach sagst, hey, wirklich individuell und so dieses, plötzlich ein ganz anderes Gefühl erzeugen kannst, eine ganz andere Stimmung bei deinem Kunden erzeugen kannst, ohne dass du Aufwand damit hast. Weil das muss man einfach sagen, KI-Anfragen sind günstig. Die KI arbeitet rund um die Uhr und das für extrem kleinen Aufwand. Und ich glaube, da wird sich einfach ganz, ganz viel tun, auch ganz viele Sachen, die man gar nicht so wahrnimmt am Anfang, wo sich so ganz viele kleine Bausteine verändern werden, wo du Möglichkeiten einfach hast, deine Qualität und deinen Service zu erhöhen und damit dir selber in deinem E-Commerce einen Vorsprung zu verschaffen, wie du es schaffst, als Händler in deiner Organisation einen riesen Vorsprung auszuholen. Auch ein ganz anderes Beispiel. Ich habe jetzt mit unserer HR-Lerin gesprochen vor ein paar Tagen und die hat mir erzählt, wie sie mittels AI den Bewerbungseingang auswertet, also die eingehenden Bewertungen screenet, oder auch wie sie Stellenanzeigen über AI-Texte generieren lässt. Und plötzlich sagt sie, hey, da habe ich halt irgendwie ein Drittel mehr Output. Und genau das ist das, wenn du da offen bist, wenn du da experimentierst, wenn du da jetzt reingehst, dann kannst du wirklich vorne dabei sein und wirklich das nutzen und damit einfach den Vorsprung aufbauen gegenüber denen, die es verschlafen. Mhm. Okay, cool. Wo holst du dir deine Inspiration? Also, wenn du jetzt so viele Tools im Einsatz hast, wenn du sagst, wir entdecken jeden Tag neue. Woher? Wie machst du das? Also, das Erste, was ist, du kannst nicht da sitzen und warten, bis es dir zufliegt. Du kannst nicht warten, bis es in der Zeitung steht und du kannst auch nicht warten, bis so irgendwie auf YouTube es dir vorgeschlagen wird. Du musst selber aktiv werden. Und das ist, glaube ich, die ganz wichtige Entscheidung, die jeder treffen muss. Wir haben vor über 20 Jahren für uns die Entscheidung getroffen, dass wir immer vorne dabei sein wollen, indem wir unser E-Commerce Lab gegründet haben und gesagt haben, wir wollen wirklich experimentieren, wir wollen herausfinden, was diese neuen Technologien sind, wo sich das Thema AI im letzten Jahr so stark verändert hat. Und wie wir es gemerkt haben, haben wir auch gesagt, okay, wir schaffen wirklich bei uns im Unternehmen zusätzliche Kapazitäten, um uns genau damit zu beschäftigen, um da wirklich AI-driven zu sein, um wirklich ganz vorne dabei zu sein, um wirklich zu untersuchen, wie es ist. Unterm Strich ist es sehr viel Experimentieren dabei. Es ist auch selber mal Recherchieren dabei. Und ansonsten sich wirklich austauschen, gucken, was machen die anderen? Was machen zum Beispiel auch wir mit unserem E-Commerce Lab? Auch mir da gerne auf LinkedIn folgen, da werden wir immer ein bisschen was posten zu. Ansonsten einfach auch rumschauen, ja, einfach die Augen offen halten. Das ist, glaube ich, das Spannende, weil es entstehen jeden Tag so viele Tools. Ich bin auch so fasziniert, wenn ich da mal beim Handy durch Instagram scrolle und irgendwie ein paar Leuten folge. Ich mache fast jeden Tag irgendwo ein Screenshot von und sage, boah, den Namen habe ich noch nicht gehört. Lass mal gucken, was kann das denn überhaupt? Ja, und es gibt nicht so die generelle Anleitung zu sagen, das ist das, was jetzt für alle passt. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten und da muss man, glaube ich, einfach zum einen wirklich offen sein, zum zweiten einfach aktiv hinterher sein, um wirklich vorne mitzuschwimmen und den Vorschwung mitzunehmen und um einfach da auch nicht unterzugehen. Cool. Sehr spannend. Also zum Thema E-Commerce, KI haben wir jetzt ganz viele gehört. Wir werden alles entsprechend verlinken rund um dieses Video respektive in die Shownotes. Du bist Mitglied bei Jetstream. Ja. Warum bist du in diesem Netzwerk und was bringt dir das? Genauso wie ich gerade gesagt habe, dass du bei AI einfach immer dranbleiben musst. Was ich an Jetstream wirklich liebe, ist dieser Austausch und dieses innovative Denken. Ja, dieses, das, was du halt nicht einfach so zugeworfen bekommst, sondern dich einfach mit Leuten auszutauschen, die genauso verrückt sind wie du selber, die auch einfach immer nach neuen Möglichkeiten, nach Abkürzungen suchen, nach Möglichkeiten einfach besser zu sein und den großen Vorsprung auszubauen. Und das ist, was ich liebe. Das ist einfach diese Menge an Inspiration, die ich da bekomme. Sehr geil. Kennst du das von Steve Jobs, der damals hingegangen ist und gesagt hat, einen habe ich noch, ich habe auch noch einen. Nee, ich habe gar nicht noch einen, sondern der Sven hat noch einen. Im Sinne von overdeliveren. So, Sven, was haust du noch raus? Also, wir haben gesagt, nicht nur die Liste der besten Tools stellen wir euch zur Verfügung, sondern auch noch direkt einen Leitfaden, wo alles tritt ist, inklusive der Beschreibung, wie wir aktuell damit arbeiten. Das könnt ihr jetzt runterladen, einfach in den Shownotes gucken, Link anklicken und dann nutzen. Wenn du wissen willst, wie war das erste Interview, der erste Teil, dann findest du das Video hier und alle Informationen zu Jetstream findest du hier.